Ich bin die Claire, wir sind in der Stadtküche in Wien. Wir machen alles mögliche mit Teig, unter anderem Teigtaschen, Gnocchi, Knödel und das ist unser Selbstbildungsladen und gleich daneben ist unsere Manufaktur. Schauen wir es uns an. Wir haben uns für einen Automaten entschieden, weil unsere Kundinnen dadurch jederzeit einkaufen können. Wir sind sehr zufrieden mit Bischof, allein weil sie uns die Möglichkeit geboten haben, Abholstationen und Automaten in einem Bedienterminal zu ermöglichen. Wir befüllen unseren Automaten dreimal die Wolfen mit frischen Produkten und man kann sie sich jederzeit abholen. Ob jetzt Gnocchi, Teigtaschen oder Knödel, das ist für jeden was dabei. Und seit kurzem kann man sich auch gleich praktisch ein Getränk mit nach Hause nehmen. Sie sind zehn Minuten am Tisch. Wer in der Nähe wohnt, kommt vorbei.